Mein Name ist Susanne Bitterlich, ich bin Partnerkauffrau bei REWE im Walzbachtal. Wir haben ja von 7 Uhr morgens im Prinzip an unsere Öffnungszeiten sind, bis 22 Uhr bin ich flexibel. Also kann ich auch Beruf und Familie gut vereinbaren. Auch wenn da meine Familie hier zum größten Teil mit in meinem Markt drin steckt, ist für mich das kein Problem. ECHT REWE bedeutet für mich frische Lebensmittel, Qualität, nettes Personal, freundliche Kunden. ECHT REWE